Am vergangenen Donnerstag war Feiertag. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem Drive-In-Gottesdienst mit dem Auto hingefahren nach Arezried. Über 100 Autos waren da. Wir haben Gottesdienst miterlebt mit meinem lieben Kollegen Alan Büching von der Evangelischen Kirche in Diedorf-Fischach. Wir haben sogar das Abendmahl miteinander gefeiert im Auto. Es war alles wunderbar organisiert. Was hast du letzten Donnerstag gemacht oder was verbindest du mit diesem Feiertag, Himmelfahrt, Auffahrt oder Vatertag, je nachdem wo du wohnst oder wo du herkommst? Manche denken an diese drei B. Bier, Bollerwagen und Biergarten. Ich habe jetzt in den letzten Tagen noch einmal ein paar neue Definitionen kennengelernt, die gefallen mir sehr gut. Zum Beispiel diese hier, Himmelfahrt zurück zum Vatertag. Oder Himmelfahrt, als Jesus begann wieder von zu Hause zu arbeiten. Meine Predigt knüpft heute genau an diese Frage an. Wie ist es jetzt eigentlich mit Gott? Ist er jetzt wieder weit weg? Himmelfahrt, Jesus ist wieder zum Vater zurückgekehrt. Ist er jetzt wieder auf Distanz? Die Älteren von uns kennen vielleicht noch dieses Lied von Beth Mittler From a Distance. Das war so Anfang der 90er. Der Titel ist nach 30 Jahren ganz plötzlich wieder sehr aktuell. From a Distance. Aus Distanz. Hast du dir den Mindestabstand mittlerweile auch schon so verinnerlicht? So 1,50 Meter. Das sind ungefähr zwei Armlängen eines Erwachsenen. In diesem Lied heißt es dann, Gott is watching us from a distance. Gott beobachtet uns aus der Distanz. Stimmt das? Ist Gott jetzt auch auf Distanz? Und beobachtet uns so aus der Ferne mit so einem Fernrohr? Ist es schon immer so? Oder gerade vielleicht jetzt seit der Corona-Krise? War er noch nie näher da? Am Ende meiner Predigt wirst du das wissen. Spannend finde ich es immer, wenn wir die Bibel aufschlagen und nachforschen, was sie dazu sagt und dann natürlich auch überprüfen, ob das stimmt, was da steht. Zwischen dem Schreiben des Textes und uns heute liegt ja ein sehr langer Zeitraum, je nachdem, wann dieses biblische Buch entstanden ist. Was damals versprochen wurde, können wir heute prüfen, ob es stimmt. So ist es auch beim Bibeltext für diese Predigt heute. Ein Abschnitt aus dem Alten Testament, vorgeschlagen für diesen Sonntag, geschrieben in herausfordernden Zeiten von einem Mann, der echt gelitten hat. Seine Mitmenschen haben ihm das Leben schwer gemacht, sehr schwer. Er wurde eingesperrt, er wurde gefoltert, er wurde isoliert. Hat er sich was zu Schulden kommen lassen? Naja, wenn es ein Verbrechen ist, dass man das sagt, was Gott einem aufs Herz gelegt hat, dann ja. Aber das war ja sein Beruf. Das war sein Auftrag. Das war seine Hauptbeschäftigung als Prophet Gottes. Er sollte das den Leuten weitergeben, was Gott ihm anvertraut hat. Und das waren allermeist keine bequemen Nachrichten, das waren echte Herausforderungen für seine Mitmenschen. Und deshalb dann auch für ihn. Er hat echt gelitten. Es ging so weit, dass er eines Tages den Tag seiner Geburt verwünscht hat. Ich rede von Jeremia, wie gesagt, einem Propheten aus dem Alten Testament. Der Bibelabschnitt heute ist allerdings keine schlimme Nachricht. Es ist eine gute Nachricht für die Menschen. Eine mit Hoffnung, eine mit Perspektive. Du kannst den Kopf heben und nach vorne schauen und dich wirklich freuen auf das, was da angekündigt wird. Ich lese aus dem Buch Jeremia, Altes Testament, 31. Kapitel, die Verse 31 bis 34. Jeremia, Kapitel 31, Vers 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinem Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das sind große Worte, voller Hoffnung. Da passiert was Neues. Es wird kommen. Was Gott verspricht, das hält er ein. Wir leben heute so ungefähr 2600 Jahre nachdem Jeremia das gesagt hat. Und wir können ja mal überprüfen, ob das stimmt, was er da angekündigt hat. Was ist davon schon Realität geworden und was noch nicht. Das werden wir jetzt gleich tun. Vielleicht ist dir aufgefallen beim Zuhören oder Mitlesen des Bibeltextes in deiner eigenen Bibel, dass von einem neuen Bund gesprochen wird. Wo es einen neuen Bund geben soll, da muss es ja immer einen alten Bund gegeben haben. Spannend wird dann zu vergleichen, wie sich der neue vom alten unterscheidet. Wenn man sich damit etwas näher beschäftigt, dann wird sehr schnell deutlich, dass der neue Bund nicht nur ein Update ist des alten. Bisschen frisches Layout und eine gute Verpackung und ein bisschen angestrichen. Hoffentlich merkt keiner den Schwindel, dass es eigentlich doch nur das alte ist, ein bisschen aufgehübscht. Und hoffentlich kauft man uns das neue dann auch ab. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht mit den Zusagen Gottes. Es soll wirklich etwas Neues passieren. Der neue Bund unterscheidet sich vom alten ganz grundsätzlich und das betrifft dann nicht nur die Distanz. Das ist ja die Frage, die uns am Anfang schon beschäftigt hat. Wie weit ist Gott eigentlich weg von dir und von mir? Schaut er uns nur irgendwie so aus der Distanz zu, beobachtet uns aus der Ferne und lässt den lieben langen Tag uns hier alleine rumwurschteln in diesen Zeiten? Viele erleben das so. Gerade jetzt, aber auch schon die ganze Zeit. Gott kümmert sich nicht um mich. Er interessiert sich nicht für mich. Wie kommen sie zu diesem Ergebnis? Na, wenn es anders wäre, dann müsste es mir ja besser gehen. Das ist eine interessante Schlussfolgerung, die man sich mal genauer anschauen müsste. Wenn sich Gott also um mich kümmert, denken sie, wenn er mir nah ist, dann geht es mir gut. So die Schlussfolgerung. Es geht mir gut bedeutet also zuallererst, es geht mir gesundheitlich, familiär, beruflich und finanziell gut. Dann ist also Gott dafür zuständig und verantwortlich, dass es mir gesundheitlich, familiär, beruflich und finanziell gut geht. Und wenn es mir gesundheitlich, familiär, beruflich und finanziell nicht gut geht, dann kümmert sich Gott nicht um mich. So denkt so mancher. Der Bibelabschnitt heute gräbt nochmal eine Schippe tiefer. So wichtig es ist, dass es mir gesundheitlich, familiär, beruflich und finanziell gut geht, da gibt es noch Wichtigeres. Da erlebst du, das erlebst du, wenn du mit Menschen zu tun hast, denen es in all diesen vier Kategorien nicht gut geht. Es genügt ja schon eine oder zwei. Diese Menschen, denen es weder beruflich, familiär, gesundheitlich noch finanziell gut geht oder nur eins oder zwei oder in welcher Kombination auch immer, aber die trotzdem etwas von diesem Frieden Gottes ausstrahlen, den sie selbst nicht produzieren können. Es ist mir tief in Erinnerung geblieben, als ich in einem Slum in Nairobi unterwegs war und dort Menschen getroffen habe, die genau diesen Frieden ausgestrahlt haben. Und denen ging es weder beruflich gut, noch finanziell gut, noch sonst irgendwie. Es war einfach ringsrum eine Katastrophe. Aber sie haben etwas ausgestrahlt von dem Frieden. Nicht alle. Aber ich habe dort Menschen getroffen. Oder im Kongo. Ganz ähnlich sind Erinnerungen, die sich mir fest eingeprägt haben. Aber auch in Deutschland erlebe ich das. Du musst nicht nach Afrika gehen, um solche Menschen zu treffen. Hier in unserer Stadt, in unserer Gemeinde erlebe ich solche Menschen, denen es äußerlich nicht unbedingt gut geht, aber die diesen Frieden Gottes ausstrahlen. Oder um es mit Jeremia zu sagen, das sind die Auswirkungen des neuen Bundes, die ein Mensch jetzt erlebt. Und das hat dann, wie gesagt, nichts unbedingt mit dieser äußeren Situation zu tun. Das ist noch einmal diese Schippe tiefer. Ja, ich behaupte, dass einiges von dem, was Jeremia hier angekündigt hat, mittlerweile eingetroffen ist. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ging ja weiter. Wir könnten das jetzt aufzeichnen auf so einer langen Gerade und dann immer wieder Markierungen machen. Und dann zunächst einmal entdecken, dass diese Zusage, die Jeremia gemacht hat, dem Volk Gottes galt, den Juden. Und da fängt für mich das Staunen schon an. Welch ein Geschenk, dass ich, dass wir als Nichtjuden, als Heiden, als Christen mit hineingenommen werden in diesen Bund Gottes, mit hineingenommen werden in diese Zusagen Gottes an sein Volk. Welch ein Grund zu staunen, dass Gott die Grenzen seines Volkes erweitert hat? Eine ganz praktische Konsequenz für mich daraus ist, dass ich mich in meinem Umfeld für meine jüdischen Geschwister einsetze, so wie es mir möglich ist. Und sie nach meinen Möglichkeiten entschieden schütze vor jeden Angriffen von anderen Menschen. Okay, wir gehen zurück zu dieser langen Gerade von verschiedenen markanten Ereignissen. Ein ganz markantes Ereignis passierte ungefähr 600 Jahre, nachdem Jeremia das so angekündigt hatte. Das ist eine lange Zeit. Aber dieses Ereignis hat ganz entscheidend etwas mit der Erfüllung dieser Zusagen, dieser Vorhersagen zu tun. Jesus Christus ist hier auf dieser Erde erschienen. Er hat tatsächlich hier gelebt. Nicht bei uns in Augsburg, obwohl es diese Stadt hier ja schon damals gegeben hat. Nein, sein Lebensmittelpunkt war Israel, dieses kleine Land. Was hat Jesus dazu beigetragen, dass diese Ankündigung von Jeremia Realität wurde? Ganz entscheidendes. Ich versuche es mal mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Unser großer Sohn hat vor einigen Wochen den Autoführerschein gemacht. Unser Jüngerer wird bald damit beginnen. Stell dir vor, kommende Woche klingelt bei uns zu Hause das Telefon und Sebastian Vettel ruft an. Hi, hier ist Sebastian. Hättest du Lust auf ein paar Fahrstunden mit mir. Ich bringe meine Karre gleich mit. Wahrscheinlich wäre es ziemlich still an unserem Ende der Leitung und wir würden nachdenken. Das glaube ich jetzt gar nicht. Oder wer will mich gerade hier verarschen? Ein amerikanischer Pastor hat eine so ähnliche Geschichte tatsächlich erlebt. Er ist ein leidenschaftlicher Segler und wollte zusammen mit seinen Freunden an einer berühmten Segelregatta teilnehmen. In Amerika. Die Regeln dieser Regatta erlauben es, dass du einen Profisegler mit an Bord nehmen darfst. Joe Bertram war einer der berühmtesten und besten Segler der Welt. Ich habe es gestern extra nochmal nachgeschlagen. Er ist mittlerweile gestorben, aber er war wirklich einer der allerbesten. Der amerikanische Pastor fragte Joe Bertram, ob er mit ihnen auf ihrem Boot diese Regatta segeln wollte. Eigentlich ein absolut verrücktes Unternehmen. Ungefähr so, wie wenn wir Sebastian Vettel anrufen würden und fragen, ob er in unserem Jugendkreis so eine Stunde für Fahranfänger gestalten könnte. Was passierte diesem amerikanischen Pastor? Ihr ahnt es schon. Joe Bertram sagte, ja, ich komme. Als die Zusage kam, tanzte der Pastor in seinem Büro und konnte es kaum glauben. Joe Bertram sagte ja. Sofort rief er seine Segelfreunde an, die größtenteils keine Christen waren und sagte ihnen, dass Joe Bertram zugesagt hatte. Und wie haben sie reagiert? Sie haben gesagt, wir dachten, du bist Christ und jetzt lügst du uns so an. Ich lüge nicht. Er kommt tatsächlich und segelt mit uns auf unserem Boot. Der Tag der Regatta kam. Alle Boote lagen nebeneinander. Am Steg, die einzelnen Teams waren auf ihren Booten beschäftigt, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Da fuhr ein Wagen vor und Joe Bertram kam. Er ging den Steg entlang, an den einzelnen Booten entlang und die anderen Segler starrten ihn ehrfürchtig an und dachten, wir sind nicht würdig. Und Joe Bertram stieg zum amerikanischen Pastor mit seinem Team ins Boot. Er schüttelte jeden einzelnen die Hand. Sie wollten sie anschließend lange Zeit nicht mehr waschen. Ich kürze jetzt hier mal etwas ab. Natürlich haben sie die Regatta gewonnen, das war ja klar. Aber nach dem Rennen wollte er noch mit jedem einzelnen Teammitglied ein kurzes Gespräch haben. Er ging zu jedem einzelnen Mitglied und dankte ihnen für ihren Einsatz. Dann kam er zu dem, der an Bord die übelste Arbeit machen musste, nämlich die nasen Segel in die Säcke wieder einpacken und sagte zu ihm Folgendes. Du hast die übelste Arbeit hier an Bord, aber deine Einstellung war die allerbeste. Es wäre eine Ehre für mich, mit dir an jedem Ort zu segeln. Und dann ging er von Bord. Es war wie ein Traum. Joe Bertram segelte mit ihnen auf ihrem Boot. Es ist kein Traum. Es ist Wahrheit. Gottes Sohn steigt in unser Boot. Nicht nur für eine kurze Segelregatta und dann ist er wieder was weiß ich wo. Er steigt in unser Boot. Er kommt auf unser Niveau. Nicht nur für eine Stippvisite zwischen vielen anderen wichtigen Terminen, sondern er kommt und schließt einen Bund mit uns. Eben diesen neuen Bund. Das war die Mission von Jesus Christus. 600 Jahre nach Jeremia vor 2000 Jahren. Was bedeutet es, dass Jesus Christus einen Bund mit uns schließt? Was ist der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag? Bei Verträgen denke ich immer an Kleingedrucktes, an Regelungen für alle Eventualitäten. Wir haben als Ehepaar jetzt vor einiger Zeit einen sogenannten Riester-Vertrag abgeschlossen und jetzt mussten wir im Rahmen unserer Einkommensteuererklärung noch einmal das ganze Kleingedruckte lesen. Das war nicht witzig. Was ist der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag? Ein paar Begriffe, die ich mal gegenüberstellen möchte. Bei einem Vertrag handelt es sich normalerweise um gleichrangige Partner auf Augenhöhe. Das Wenn-Dann wird irgendwie schriftlich fixiert. Der eigene Vorteil ist natürlich wichtig. Die Versicherung möchte ein Geschäft machen. Wir wollen natürlich auch ein Geschäft machen. Der Vertrag ist normalerweise kündbar und er ist zeitlich begrenzt. Was macht einen Bund aus? Diesen neuen Bund? Bei diesem neuen Bund sind es ganz ungleiche Partner. Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Ich glaube, ungleicher könnten die Partner nicht sein. Gott macht es freiwillig und er macht es zugunsten der Menschen. Er verlangt dafür auch keine Gegenleistung oder eine Vorleistung. Er, Gott hat davon überhaupt keinen eigenen Gewinn. Interessant natürlich auch, dass dieser Bund unauflöslich ist und ewig gültig. Und jetzt zwei ganz entscheidende Punkte. Gott ist unser Vorteil entscheidend wichtig. Der neue Bund ist eine einseitige Selbstverpflichtung Gottes gegenüber den Menschen. Wenn wir uns das so anschauen, also ich zumindest kommend staunen. Und du merkst ganz schnell, Jesus ist nicht gekommen, um dir irgendeinen Vertrag anzudrehen und unser Miteinander irgendwie vertraglich zu regeln und dabei natürlich seinen eigenen Vorteil im Blick zu behalten. Jesus ist gekommen, damit das Versprechen Gottes, was Jeremia den Leuten gesagt hat, Realität wird. Und das ganz eindeutig zu deinen und zu meinen Gunsten und zu seinen Ungunsten. Der neue Bund bringt dir und mir das Leben, das eine Schippe tiefer wirkt. Ihn, Jesus, hat das das Leben gekostet. Das war Karfreitag. Ist dieser Jesus weit weg, beobachtet er uns nur aus der Distanz so durch sein großes Fernrohr? Wenn du dir das vor Augen führst, was Jesus getan hat, für dich und auch für mich, dann kannst du nur staunend und anbetend zu dem Ergebnis kommen, nein, er ist mir ganz nah. Das am Kreuz, das hat er für mich getan. Zu meinen Gunsten. Und das ist noch nicht das Ende. Wenn du den Bibeltext weiterliest, entdeckst du, es geht ja noch weiter. Es wird schnell deutlich, dass noch einige Versprechungen ausstehen. Noch haben nicht alle Menschen auf dieser Erde erkannt, dass Gott wirklich mit jedem Einzelnen diesen Bund schließen will. Dass er wirklich für jeden einzelnen Menschen ist und nicht gegen ihn. Noch ist die Zeit, dass einer es dem anderen erzählen kann. So wie viele es ja auch tun, so wie ich es auch tue, das ist auch ein Grund, warum wir diesen Gottesdienst feiern. Vielleicht hast du noch nie etwas von diesem Bund Gottes gehört, den er so gerne mit dir auch heute jetzt gleich schließen möchte. Diese gute Nachricht von Jesus Christus, der diesen neuen Bund mit uns geschlossen hat, soll unter die Leute, übers Internet, in die Wohnzimmer hinein, mitten hinein in dein Herz, in dein Gewissen, so steht es in Vers 33. Nicht auf Steintafeln soll es geschrieben werden oder nach heutigem Verständnis in dicke Bücherwälzer hinein, irgendwo abgestellt und verstaubt in einem Bücherregal. Nein, dieser Jesus möchte mitten hinein in dein Herz. Er möchte dein Leben prägen. Er möchte deine Entscheidungen, dein Denken, dein Handeln eindeutig prägen und gestalten. Der neue Bund Gottes wird zur Grundlage deines Lebens. Ich erlebe das besonders hell und leuchtend und strahlend bei den Menschen, deren äußere Umstände gelinde gesagt suboptimal sind. Im Slum von Nairobi. Aber zum Glück und Gott sei es gedankt, auch hier in Augsburg, in Neuses, wo auch immer du zuschaust. Gott will sich liebend gern mit dir verbünden, weil er dir sehr, sehr gerne so nah sein will. Nicht als dein Vertragspartner, sondern als dein Bündnispartner. Zu deinen Gunsten. Auf ewig. Ohne Vorleistung und ohne Gegenleistung. In wenigen Tagen feiern wir Pfingsten. Da könnten wir wieder eine ganz deutliche Markierung machen. Pfingsten ist der beste Beweis dafür, dass dieser Gott kein Distanzgott ist. Das so mit dem Fernrohr und der Wolke. Du erinnerst dich von gerade eben. Pfingsten ist das, ich bin ab jetzt immer bei dir fest. Eine interessante Definition, die ich finde, trifft gut. Pfingsten ist das, ich bin ab jetzt immer bei dir fest. Der Heilige Geist kommt und zieht ein. Bei jedem, der ihm die Türe aufmacht und den Bund mit Gott eingeht. Und was der Heilige Geist dir dabei und dann mitbringt, darüber kannst du nur staunen. Gaben passend zu dir. Kraft und Zuversicht, die deine eigene Vorstellung bei weitem übersteigen. Hoffnung, die wesentlich weiter reicht. als bis zu deinem Lebensende. Deshalb ist Himmelfahrt noch nicht das Ende der Fahnenstange, als Jesus begann, wieder von zu Hause zu arbeiten. Nein, Jesus ist nicht weit weg und er lässt uns auch nicht alleine hier irgendwie rumwurschteln. Gott sei Dank kam dann Pfingsten, dass ich bin ab jetzt immer bei dir fest. Gott verspricht, du kannst mich erleben, egal wie es dir beruflich, familiär, finanziell und gesundheitlich geht. Ich werde nicht gleich alles in Ordnung bringen, wenn wir den Bund miteinander schließen. Aber mir geht es um die Schippe tiefer. Er sagt zu dir, ich will liebend gern einen Bund mit dir schließen und in diesem Bund mit dir leben. Zu deinen Gunsten. Damit kannst du dann sehr gut leben und dann auch sterben. Amen. Wir haben wieder ein paar Augenblicke, einfach Stille, persönliche Stille. Du kannst nachdenken, einen Gedanken festhalten, vielleicht magst du ihn dir auch aufschreiben. Du kannst beten. Du kannst auch jetzt schon ein erstes Gebet sprechen, wenn du noch nie gebetet hast und mit deinen Worten formulieren und sagen, ich möchte gerne einen Bund mit dir, Gott, eingehen. Wir haben ein paar Augenblicke Stille und ich werde dann anschließend beten.